Pizzeria 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 und jetzt sieht man es ja Profihaft Ah das ja weil Nacht ist Dann sieht man es so gut Jetzt seht ihr es Pizzeria Steak Nein Stuck Also das ist der Part 2 von 90.02 äh Brony Nimm Salat Nimm Salat Nimm Salat Dann wirst du nicht so fett Warte mal Ja genau Und das meine ich im Ver... Käsiger Tag Okay Okay Was macht der da Oh Pizzeria 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 Schleich Scheiße das ist ja völlig verrückt Überfallen nicht Geh einfach Geh einfach weg Pizzeria 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 Gut, jetzt bin ich dran. Ich mache hier eine Pause, damit wir schnell wechseln können und so. Also bis dann.